ein bisschen licht war zumindest ich bin schon mal hier drin bin ich selbst ich habe jetzt rundherum so gebaut dass sie hier nicht mehr reinkriegen sein und schutz jetzt die können wir nicht die können da nicht zwei buchen können sie nicht das können sie nicht zum glück die zweite schlucht hier schlucht in der schlucht ein bisschen zu hoch und habe ich so eigentlich nur zwei wollen es geht nicht kohle kohle nicht runterfallen jeder auch ich eigentlich gar nicht mehr leder für lederrahmen lederrüstung lederrahmen sind sehr teuer da kannst du ein paar schöne sachen drinnen aufhängt auch gut und ich bin dort n nörd ist mir untergefallen da oben ist noch ein gebiet was ich nicht erforscht habe da gehe ich doch jetzt noch mal hin das führt uns auch schon weiter oder das soll was ich jetzt brauche sind noch zu zwei drei ich werde mir vier öfene hinstellen halt nur noch ein bisschen was hat oooooh ich habe überhaupt kein holz dabei ich trottel äh 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 hast du was äh äh was ach schon gut äh ne schon gut ich habe jetzt äh ich habe keinen witz oder hier ich habe Butter gesucht ich hätte hast du genug Steaks mitgenommen ich habe also so viel wovon Steaks habe ich jetzt immer noch einen Steak rund 38 hm ach Gott weißt du nicht ich habe dir alles reingelegt was ich mitgenommen habe nicht alles in der Kiste was zwei Sticks 38 Lauren nichts ich kann nur went Truman weak ah die ziehe jemann auf jeden fall an hier Diamantsachen oiiiui so viel gebiet so viel gebiet was ich noch nicht erforscht habe cool wieso bewahr ich denn hier nie ... hier war ich doch schon eigentlich eigentlich war ich hier doch schon mal und wenn die besser hier suchen ich habe natürlich ganz viel ganz viel Kohle jetzt ach die hast du gar nicht mitgenommen ich dachte jetzt die Karotte bei mir ja aus der Truhe genommen nee einer hat die nicht gefunden weil es weiß was ich da am Anfang ja so gesagt habe nee nee ich hab ja von einem Zombie eine von einem Zombie eine gekriegt was ja nicht richtig geworfen nie ich höre einen Enderman und ich meine es ist ja schon wieder ein Fleisch aus das gibt es ja gar nicht dieses Maragde wo kommen die alle her das ist ja schöner als ein Fleisch mit denen was soll ich mit den ganzen Dingern ähm ähm dann gehst du ganz gemütlich zu der Stadt und dann ich soll auch handeln ja nee in der schönen in der schönen Mod da konnte man aus den äh Smaragak mit den Smaragak so ein Dolch machen den man für Hexen äh für Hexenzirkel Zauberkram brauchte für so ein paar Rituale für so ein paar düstere ja lecko mio ey hier ist schon wieder einer was ist hier denn los also das ist ja echt das ist ja schon echt äh ja ich glaube ich nenne mich jetzt den Sparagd Jäger Jäger des verblöten Sparagd Jäger des verblöten Sparagd sehen wie achso ja genau das habe ich auch schon gesagt dass das ja natürlich irgendwann weg muss wenn deine Lava Pläne da zum Tragen naja das wird's nicht genau ne 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 das habe ich da erstmal ne Provisore schon gebaut ne ne ja ich hab jetzt hier nur den Gang reingeschlagen also ich wollte nur damit sagen dass hier wird's naja soweit wird's ja wahrscheinlich noch nicht heiß oder ja mittlerweile wird drin weiter rum äh gar kein Stein hier äh viel zu viel Kohle hier zu Kohle und Erfahrungspunkte so so gut du kriegst viele Erfahrungspunkte ich meine ich kann ja gleich mal meinen Verzeugungstisch aufstellen ja schön ich bin Level 49 das ist ich krieg sowieso nur noch viele Erfahrungspunkte dann bau doch ein kleines Häuschen an meinem Lager dran halt und die Bücher und der Verzeugungstisch sind da irgendwo in der Truhe wenn der Bock drauf hast dann macht dann machen wir so ein Verzeugung so ein Verzeugung so ein Verzeugungsraum weil das Ding so ein Verzeugungsraum wollte ich richtig richtig toll machen so ja Verzeugungstisch dann so erhöht ist das muss man auch dass die Bücher irgendwie das richtig cool aussieht sowas hat ja auch aber ich hab da so tolle so tolle äh äh Ideen halt ich weiß nicht ob ich das zeitlich schaffen werde also ich glaube ich werde wohl um das Projekt in deine und meine Aufnahmen dann reinzupacken irgendwie das Final zu sehen hätte ich wohl auch privat noch was gespielen müssen oder na das äh glaubst du ja nicht doch das kann ja nicht sein was so privat spielen ja nein ich meine ich kann es ja aufnehmen das ist ja nicht das Ding aber äh 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 das wird zeitlich nicht hinaus dass wir uns zusammen immer treffen ja das stimmt ja das stimmt das wupp ne äh das glaube ich nicht das hat sich von der Zeit her hinaus ne wahrscheinlich wahrscheinlich nicht äh wupp wüsste ich so ein wenig Lava haben wir hier das machen wir mal kurz ein bisschen das sei mir also die darf sich mal kurz entspannen die Lava oh mein ich hatte ja so ein bisschen die Lust verloren aber jetzt hast du jetzt aha ein Silberfischsteinchen oh und Diamanten ha und Diamanten ha oh ja oh und so viele Diamanten ach leck mich fett leck mich fett und jetzt soll ich jetzt diesen Silberfischstein noch ausnehmen ausnehmen acht Diamanten neun Diamanten oder was ist keine Lackspitzhack ey boah ne ist einfach neun Diamantblöcke echt hier da da ist ein Silberfischding oh Griper ihr könnt gehen wir nicht auf in Wüste geh weg da bin ich da ich bin ich da ich bin ich da die kann man ja auch mit der Hand abbauen warum bleibe ich stehen geh doch rein so komm na und das erste Mal die machen so ein Schein da fliegen doch sicher he 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 Silberfische Silberfische getötet uff witzig das ist ja noch einer das ist ja noch einer das ist ja noch einer what wie kommst du denn hier rein oooh komm ja trotzdem rein die Spinnen oh ich hab jetzt neun Diamanten ey da da die Tour hat sich jetzt schon wieder gelohnt ich weiß noch nicht mal was ich damit anfange oh natürlich schon wieder so komischer Smaragd den nehme ich jetzt nicht mehr mit was soll ich denn da mit ne natürlich nehme ich die mit he 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 einmal kurz die Spannung hochkochen lassen so neun ja die sind da auch schöne Deko Elemente einfach so als Dekoration und so sind die echt geil die Smaragd Blöcke das weiß ich gar nicht wirklich nicht muss ich mir gleich aus der Wand rupfen oh Diamanten ey neun Stück und was mach ich damit ich brauch ne Glücksspitzhack unbedingt klingt ich hab ja eigentlich auch genug Level könnte ich doch echt mal mit mir bringen oooh echt da kriegst du also ich mir geht's auch nicht von du kriegst ja manchmal ne Gänsau ne die Geräusche halt wenn die so dann was ein Creeper direkt vor meiner Nase der ist in meiner Haustür hör mich rein und sagt hallo ach das passt ja perfekt vom Ausweichen oh diese Geräusche dann spinnen von dort und oh ja die Silberfische haben die besten Geräusche piu piu das ist am gruseligsten ey das ist grusel genau das ist das richtige Wort gruselig ist das ja aber schön aber nicht da haben keinen ah ich hab doch Sand keinen Sand mitgenommen keinen Sand mitgenommen äh ja ansonsten wieso wofür brauchst du einen Sand? einen ach da ist auch noch so viel komm die Spinnen kommen trotzdem die Spinnen kommen trotzdem die Spinnen kommen trotzdem in dir das sind noch so viel unerforscht das gibt's doch gar nicht ja ich geh jetzt nicht raus mit Sicherheit nicht du töd meine Güte ist ja noch alles dunkel und düster und ich geh da jetzt nur mal kurz reingucken ja ne ich geh da jetzt raus das ist äh ich hab ich hab keine Fackeln mehr kein Holz mehr ich hab ich hab alles ich hab alles komm zu mir ja in meiner Hütte ist das auch alles aber ich hab's nicht hier jetzt in der Hütte ja wieso ich bin näher als dein Holz nein ich hab alles da nein ich bin in einer Höhle sobald ich aus der Höhle raus bin hab ich auch wieder Holz aber da muss ich doch mal aus aber da muss ich doch mal aus steht der nur an ist ja ok in Ordnung ja aber ist er lieb ich kann ihm auch gerne dein Holz mit ah ah oh Level 50 hat der Creeper dich erschreckt also ah weißt du kannst du jetzt nicht schlafen denn monster in der Nähe sind du willst mich doch jetzt hier verraten ihr sind immer monster warum da kann man nichts gegen machen warum ich weiß es nicht du lockst die irgendwie an soll ich dir irgendwie die monster vom Hals schaffen so ich bin voll belagert hier es ist Wahnsinn es ist alles hier also jedes Geräusch was man sich noch vorstellen kann ist hier und das ist nichts und das ist nicht übertrieben der klopft an der Tür ich komme da mal hoch ich komme da mal rum das gucke ich mir mal jetzt an jetzt habe ich auch endlich den Eingang wieder aus meiner Höhle das läuft alles hier rum lasse mich achte ich euch ja mein kartografisches Gedächtnis lässt mich ja zum Glück nicht im Stich hier ja weil du vorlässt wenn ich ohne mich jetzt überhaupt zurecht findest so sie dann auch ja bin ich ja auch so Kollegen du hast ja ich du hast ja ich du hast ja ich du hast ja echt gut was rum ich höre es nur und ich sehe diese Zeilen also nicht viele aber es ist eine Menge jaja jaja ich hab schon mal so ein kleines ach du hast da hinten mit einem kleinen mit ein kleines Grubbchen hier um mich ach guck wann also viel zu kommt jaja ert jaja jawohl und we nein jetzt wird's doch mit jetzt wird's doch ohne Kartoffeln haben sie auch gefallen lassen ja super Du kannst ja nicht schlafen wie ein Monster, denn hier sind beide Freunde, Freunde, die man doch... Das Beste ist, auf deinem Dach ist eine Spinne, die krabbelt da rum, direkt über dir jetzt quasi. Lustig, perfekt. Ah, da kommt schon wieder so ein Mini-Zombie hier, so ein Baby-Zombie. Da ist er! Die geht mir, die ganze Zeit auf die Rude, sagst du? Jetzt, jetzt ist es gut, jetzt ist es gut! Das war aber knapp, du bist aber mutig. Jetzt haben wir Tag, jetzt brauche ich auch nicht mehr in der Welt. Du brauchst auch nicht mehr raus. Du kannst nur nachts schlafen. 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 Ich lass dich nicht mehr feiern. Alter, was machst du? Da war da ein Creeper drin. Jetzt ist sie noch so ein bisschen in die Luft gejagt. Geringfügig. Ich mach das auch alles wieder schön hier. So, da brauchst du nix schön machen. Terraforming ist okay da hinten. Ja, mach ich ja. Da ist nicht schlimm. Das ist mir vollkommen wurscht. Daraus nix zu machen oder so. Will ich aber. Dann haben wir hier ein schönes Pfeil-System. Können wir mal Leute drin versenken. So, eigentlich wollte ich ja nur ein bisschen Getreide angehen. Ich hab hier. Komm hier rein. Doch, das ist ja alles reif gerade. Das ist ja. Das lässt man hier nicht verkaufen. Guck mal, guck mal meine Troula wie ein Steck. Das Steck Weizen hab ich auch noch. Ja, ich hab einfach so rum. Ich hab einfach so rum. Ja, ich hab ja auch noch hier. Aber das ist ja. Ja. Ne, frühzeitig den Nachschub, für Nachschub sorgen. Ich hab... Wobei. Ja. Ach und das Hühnchen, das Hühnchen fühlt sich jetzt angezogen, weil ich Samen hier rum in der Hand habe. Natürlich. Ich hab ein Ei. Wird es ein Huhn oder nicht? Ein Haushuhn. Mein Hausschwein ist weg, das ist effektiviert. Äh, du, ich hab, ich kann dir ein paar Hühner vorbeibringen. Hier sind welche. Das war jetzt. Paar Haushühner. So, paart euch. Paart euch, ihr Hühner. Wunderbar. Ich wollte noch... Ach. Bisschen verpeilt gerade. Das hat mich jetzt alles überfordert. Aber mein Häuschen gefällt mir. Das ist echt ein bisschen schöner. Obwohl ich so ein bisschen gerade, ne. Da könnte man noch ein bisschen was drauf machen. Oh, das Schweinchenfleisch. Können wir noch ein bisschen was drauf machen. Das ist schon Hausschwein gewesen. Wie das Hausschwein. Das ist das nicht mehr. Nein, der hat in die Luft gejagt, der blöde Krieg. Oh. Das kann ich auch mal wegbrennen. Ach, hier sind ein paar Eier. Oh. Die Kartoffeln. Die Kartoffeln muss ich noch einpflanzen. Hier, ne. Erst mal was in den Öfenschieben zu kennenlernen. Jetzt geht es hier schon wieder los mit den unsortierten Kisten bei mir. Ne, also ich versuche schon zu sortieren. Ja, aber ich habe noch nicht genug, um hier wirklich viel sortieren zu können. So. Erst mal so. Och. Was brauche ich? Erdkisten. Ja, richtig. Es geht schon wieder los. Es geht schon wieder los, wie gesagt. Kisten. Ich habe keine Holz mehr, oder? Voll. Ja, ich habe den Max. So. Ich gehe jetzt erst mal anpflanzen. Halt! Ich bräuchte vielleicht nur eine... Meine Ho. Meine Ho. Die Ho. Die Ho. Die Ho. Ah, die Ho. Wie geht es denn? Das ist so. Hm. Wie geht es denn noch hin? Ach, hier. Das habe ich alle noch gar nicht mit... Ach, die, das Blümchen hat der Creeper auch in die Luft gerissen. Nee, das kann denn nicht sein. Das Blümchen wird erstmal wieder angepflanzt. Hier, das riecht das 인- und ein. Sack, zack, 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 wunderbar. Wunderbar. Ist wieder alles dicht. Sehr schön. und die bäume sind fertig wir können holz ernten gehen ich gehe mal holz ernten wenn das so gerne machst du kannst eigentlich muss ich auch noch mal irgendwann tatsächlich auf die suche gehen an meinen hunden die kann ja mitkommen und die hundis suchen nehmen musste nicht ich muss ja nur mal nachgucken irgendwann in einer der letzten folgen keine hund zu sehen doch natürlich nicht dann greifen wir nicht an nee das ist ja die gehören ja schon mir die muss ich ja nur wieder finden das ist ja das ist ja schon so eine ganze belegschaft die sind nur am strand und sonnen sich anstatt hier irgendwie mit mir durch die lande zu ziehen das ist doch schön ja für die hunde auf jeden fall für mich dann eher weniger freie hunde freiheit für die hunde ja die hunde wollen auch nur und die wollen auch nur knochen so also anfangs habe ich erstmal genug das erinnert sich sofort die bullen hier wir haben auch noch kein akate gab aber akazienholz gibt es auch schon glaube ich ne auf der 1 7 weiß ich nicht weiß ich nicht aber das habe ich auch noch nicht ich muss hier Tom mal fragen ob der überhaupt noch mit einsteigen ist ja stimmt weil da könnte man nicht umstellen hat die welt natürlich ein paar macken aber an sich ja stimmt das hätte ja doch so aus zu können können wir dann 11 10 2 spielen hätten alle features und start ja und dann wenn ich werde dann kann ich allerdings auch nicht mehr so schön gegen irgendwelche einheiten das neilbär das ist dann doch in der version etwas tricky ja aber ist doch okay man hat ja auch schön also ich habe also die 1 10er version überhaupt noch nicht gespielt und alleine so auch noch ja jetzt steht hier noch ein bisschen rum auch gar nichts dann warum machst du nichts weißt du nicht was du machen weil ich ach so ja ich denke mal wie ich es war so gleich aufhören hier die aufnahmen wenden und so und dann auch gemütlich ab ist das ok zum bette gehen wahrscheinlich weil ich auch gerade nicht weiß was ich machen soll noch aber verhältnismäßig viele geschafft sind nicht also jetzt für mich jetzt mal ja haben wir noch ein lager und ich habe meine kisten ich habe ich habe ein schön nach schlafen diese schwarze die da heute ist so und konnte es um meine uhr retten ja die wirst du in der kiste liegen kann man die einrahmen und an der wand hängen ja natürlich dafür brauchst du leder auch cool gut dass ich so viel leder ach gut ich habe knapp zwei stecks leder mhm nur dann das sollte eigentlich ja schon dicke es war mal die uhr kommt dann in die mitte und runter um wahrscheinlich leder du machst ein leder und dann rundherum holzstöckchen und dann hast du so ein rahmen und den kannst an die wand hängen und dann kannst du wenn er an der wand hängt die uhr damit rechtsklick reinhängen ok das ist meine sachen gabst du denn wo habe ich ein stückchen das bett bei das sieht auch so komisch aus lustig ich habe ich einfach mal hingeknallt ja nie das hat so so ein grafik bug bei mir ich weiß auch nicht irgendwie egal ist ein bett joa bett ist bett genau das reicht ja das ist ja so dann haben wir hier ein holz sag ach ich habe ich gesagt dass ich kein oder hast du jetzt hat er reingetan was habe ich reingetan ich habe holz hier habe ich holz hier habe ich schön holz ich habe noch bretter gefunden ach hier der emerald ist ein bisschen fehlern platze der gehört ja hier rein was haben wir hier noch ach ich muss mal mir ein paar eimer machen damit ich mal ein bisschen milch holen kann und dann können wir ein bisschen kuchen backen das ist doch was das wäre doch mal schön bist du ein bäcker ich bin ein bäcker bäckermeister ja ein beruf den ich den ich eigentlich ganz cool finde aber selber nicht aus ne 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 das will man nicht unbedingt noch ja damit die leute morgens früh da ihre brötchen kriegen kannst du dann nachts um 3 Uhr kannst du dann anfangen die urchen anzuschmeißen ne 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 das ist nicht so ganz schön das irgendwas stimmt hier nicht also als wenn hier ne irgendwas im weg stehen würde ne das bett steht im weg bei dir das kann ich dir so schon sagen ne 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 so schön 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 sieht es aus das sieht jetzt noch nicht so schön aus hier da muss ich noch ein bisschen was hier muss ich noch ein bisschen was machen über mein Bett kommt dann ganz gemütlich da muss ich noch ein bisschen was machen ne 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 klatsch ehrlich hm so da rüber über meine das kommt jetzt was ja über mein Bett habe ich ne Uhr das cool und nachts schlafen kannst du immer dann gleich früh aufstehen hat sich so jetzt hab ich ne Uhr gewonnen das ist cool das ist echt cool das ist echt cool da ist ja so wir haben ja so kleinigkeiten nicht zu begeistern ich könnte dann in der Mitte könnte ich dann jetzt zwei Trunylau so nehmen also so ein paar Trunylau kann ich jetzt auch raus machen aber sortieren hab ich jetzt keine mit W коi ach sieht ja aus wieß wir jetzt noch spielen heute Abend halten warum jörg ne jörg ne Leder, Leder, 1 Deck 18 hab ich noch. Wo hab ich denn hier... Ach, da hätte ich ja gar nicht das Holz rausgegeben müssen. Hm. Oh, jetzt ist aber dunkel hier. Zack, zack. Jetzt ist aber dunkel hier. Wo sind meine Fackeln? Da sind meine Fackeln. Ach, ich hab noch wieder Regale. Schön. Sieht schön aus. Ah, das wollte ich auch nicht. Ähm... Regale, mach mal eben. Mach ich das so? Joa, mach mal so. Ach, mach mal, bin ich fertig. Meine Bücher... Also meine Bücherregale. Ach, das sieht ja aus wie ein Geschenk jetzt hier. Ist ja schön. Jetzt hab ich nur keine braune Wolle mehr, verdammt. Hm. Da mach ich jetzt was anderes hin. Sortier ich doch mein Kissen. Das ist höchst spannend für die Leute, die zu schauen. Wenn da überhaupt jemand zu schauen. Ja, mal gucken. Vielleicht. Ich guck dann zu. So. Sieht jetzt hier ein bisschen aus wie so ein paar schöne Lampe. Ach ja, schöne Deckenbeleuchtung hier. Herrlich. So ein schönes Schlafzimmer hier. Gefällt mir. Reicht. Reicht ja. So. Ah. Ja. Dann muss ich mir doch nun mal fix noch eine Tür basteln dafür. Und dann passt doch doch alles. Und dann würde ich sagen, beende ich die Aufnahme hier auch einfach. Das ist okay. Joa. Dann schön, dass ihr alle zugeschaut habt. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Joa. Bis zum nächsten Mal. Und. Tschüss. Tschüss. Tschüss.